Hallo und herzlich willkommen bei Obscurity, zusammen mit der Julia. Hallo. Und? Was macht Link hier? Den Link. Loswerden. Und den Brother. Die Ansage wurde gesprengt. Was machst du da, Link? Errüstung loswerden. Indem du CD spawnen lässt, oder wie? Ja. Vielleicht. Das ist aber keine anständige, nur Lederrüstung, oder? Ja. Wäre eigentlich alles besser als das, was ich aktuell habe. Jetzt habe ich gerade alles weggeworfen. Explosionsschutz, uuuuh. Das heißt, die normalen Torches, die gehen nicht mehr. Du musst die andere Torches irgendwo hinsetzen? Nee, geht auch nicht. Doch. Ich kann die andere Torche aber nicht setzen. Was? Ja. Das ist alles kaputt gemacht. Geht nicht. Ist kaputt. Dann musst du die vielleicht craften mit einem... Ja, du musst die mit dem Feuerzeug ins Crafting-Feld legen, da kriegst du eine normale Fackel. Ganz klar. Ja. Weiß ich Bescheid. Verbraucht sich das Feuerzeug dadurch? Wahrscheinlich schon. Schwitzig mal. Sonst würde es ja keinen Sinn machen. Ja. Ein Ground. Na, ihr beiden da unten? Wie geht's euch, ja? Oh. Dann... Einmal hier wieder neues. Zombie-Fleisch. Kann nicht schaden. Haben wir ja genug. Wir sind eigentlich in letzter Zeit irgendwie produktiv gewesen. Ja, meinst du, was, euch heute eine Quarry zu bauen? Wenn du irgendjemand helfen willst? Ja, gerne. Einiges an Zeugs drauf. Hilf ich gerne. Ähm. Ich will nur noch eine Quest abgeben. Dann haben wir zu... Produktiv, was ist das? Produktiv? Keine Ahnung. Also im Real Life beherrsche ich's nicht. Siehste. Aber was ist schon das Real Life? So. Okay. Ähm, genau. Die Quest wollte ich nur abgeben. Oh, genau. So gerade noch, das ist nicht fertig. So, wenn man normale Fackeln abbaut, dann wird daraus eine andere Torches, ne? Schon immer. Ah, übrigens, es ist eine Wasser, was ihr hier gedacht habt. Der flüssige Schleim, der ist nicht entstanden. Den hab ich da hingepackt. Deswegen haben wir die ganzen Schleim hier. Du bist schuld. Ja, du bist schuld. Da sind die entstanden und haben alles kaputt gemacht. Ach, Quatsch. Doch. Ach, Quatsch. Dieser flüssige Schleim lässt sich spawnen. Mach's weg. Das hab ich letztens noch gesagt, dass ich das da hingepackt hab. Jetzt hab ich wegen euch Zombiefleisch gegessen, ey. Meine Güte. Ich lass das so. So. Also, die Anlid muss ich mit dem Feuerzeug machen, ja? Ja. Was sortierst du hier wieder rum? Liron mach ich mir jetzt mit dem Feuerzeug. Ich sortier gar nix rum, ich schmeiß sie rein. Dann mach ich jetzt den Schleim da hinten weg, ich will ja nicht wieder Schleimpart hier haben. Ja, warte, lass mich doch einen Eimer holen. Ich hab schon einen Eimer gehabt. Achso, dann. Wie macht man denn ein scheiß Feuerzeug? War das nicht ein Eisenbahn ohne Flint? Ja. Ich glaub hier nicht. Nee, hier nicht. Oh. Verdammt. Wär halt zu einfach, ne? Ein Stahl und ein... Feuerzeug. Ein Stahl? Wo krieg ich denn ein Stahl her? Äh, ein Eisen und vier Pulverized Coal im Induction Smelter. Ein Eisen und vier pulverisierte Kohle. Okay. Das heißt, wir werden das mal... Haben wir pulverisierte Kohle wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Alles klar. Baumwachse. Wo ist der Pulverisierer? Da. Hier, pulverisier mal die Kohle. Ja. Schauen, ob ich noch ein paar Quests hab, die ich noch nicht angenommen hab. Ja stimmt, ich hab euch gesagt, dass ich eine Quest fertig habe, aber angenommen hab ich sie nicht. Das ist gut. Ich hab aber gar keine Quests im Moment nicht. Oh, ein Dactions Smelter hast gesagt, ne? Ne, ich mein, kann... ne, die hatte ich ja nicht fertig, weil da war ja noch, ne? Stimmt. Ja, genau. Ja, also, äh, also, äh, wenn wir jetzt irgendjemand beim Quarry craften? Ja. Also, Moment, das gibt's hier... Gut, dass er nur zwei von den Pulverisierten gebraucht hat, aber ist ja egal. Das Rack können wir, glaub ich, nicht bauen. Den brauch ich. Ich am Feuerzeug. Und jetzt muss ich das hier und das da zusammenpacken. Ach, ich hab nochmal ein Torsches. Geh. Gibt's hier irgendwie sowas wie ein Werkzeugstand oder was? Es gibt so Werkzeug, äh, Dinger, wo du's reinhängen kannst, ja. Wie heißen die, weißt du das? Wir haben hinten eine Wandglocke, wo welche hängen. Äh... Pitch me! Shiny Metal haben wir nicht. Sag mir dann einfach, was sie machen sollen. Ich versuche mein Bestes. Müsst ihr den Quarry eigentlich machen? Müsst, äh, ich glaub nicht, aber da kriegen wir halt dann Erze ohne Ende. Problem ist, wir haben kein Shiny Metal, weil es das hier, glaub ich, nicht gibt, beziehungsweise extrem selten ist. Aus Ferris kommt das. Ja, das ist Ferris. Im Pulverizer. Wie viel brauchen wir denn da dafür? Äh, wir können auch aus Ender I.O. das Teleport-Ding bauen, das ist doch ein bisschen aufwendiger, aber geht schneller, wie wir das jetzt suchen gehen. Okay. Aha. Wir wollen ja nicht cheaten. Ich bring mal das Feuerzeug hier in die Wand, ne? Falls ihr... Okay. Ein Feuerzeug braucht. Kannst du mal das Teleportier-Ding bauen? Moment, ich sag gleich, was heißt, muss er aber schon. Da müsste sich ja diese Quest jetzt erledigen lassen. Welche? Welche Quest denn? Ja, die, die, die mit den... Ja genau, die mit den Unlitortius craften, die geht jetzt. Das heißt, ich nehm mir jetzt, äh, ich crafte mir jetzt, äh... Äh, äh... Da darfst du einfach... Wie viel, wie viele, wie viele solcher Fackeln hast denn du gemacht? Jetzt, Rather. Weiß ich hab, ne, ich hab doch nicht... Ich hatte zehn und hab daraus jetzt nochmal Fackeln gemacht. Rather, anstatt dass du einfach den Vakuum-Trichter hinnimmst, der saugt die Sachen an. Dann hättest du nicht so aufwendig bauen müssen. Das ist doch noch nicht aufwendig, das ist doch schön so. Was ist das? Die Hühnerfarm. Die sind da oben, oder was? Hier sind die Hühner, da. Fall nicht rein. Ooooooh! Fall nicht rein. Boah, ey, komm. Die haben einen Quadratmeter Platz. Wieder rein? Die haben einen Quadratmeter Platz, reich ja wohl. Boah, ich schieb deinen Kopf durch die Gegend, Fußball-Ohr. Oh, er blutet schon wieder, du hast ihm einen Kopf geschlagen. Geil. Ist da nur noch ein Arm? Nein, nicht. Kriegen wir den auch noch weg? Kriegen wir den auch noch weg? Die liegen keine Eier. Hättest dauert. Mach mehr, Hühner. Ja, woher? Damen. Ja, geht nicht, sein ist noch jung. Achso. Das will noch nicht, das will noch nicht. Ich will dich vermehren. Julia, bist du so weit? Ja, warte kurz. Die Unlit Torches, das heißt, du, du, wenn du, äh, kannst du mal 16 von diesen, Unlit Torches machen und die, äh, die Quest mal fertig machen kannst? Ist alles wieder voll? Ich wollte sagen, so viel dazu, dass wir, dass es lange dauert, dass wir nicht viel Strom haben. Äh, ja, gut. Brother? Was denn? Unlit Torches. Du hättest die Unlit Torches Quest machen können. Ja. Wieso brauchst du welche? Ne, die musst du noch craften. Ich hätte doch keinen. Ja, irgendwann werden wir die schon craften, aber es abgeschlossen. Ah ja, okay. Irgendjemand muss die craften. Also, bau, bau mal einen Dimensional Transceiver. Viel Spaß. Äh, Dimensional Transceiver. Okay, das, äh, Cube-Ding ist da. Ja, viel Spaß. Ja. 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 Wo krieg ich elektrischen Stahl her? Schau's nach. Ich muss doch gleich Stahl machen, den elektrisieren. Ja, so mein Tipp. Wie schau's nach? Ja, klick auf elektrischen Stahl, dann steht doch da, wie du den machst. Aus elektrischen Stahl, Barren. Ich mein, was? Ich mein, äh, elektrischen Stahl. Ja, oben hast du zwei Pfeiler, kannst du weiterklicken. Dann kommt ein Rezept im Aloysmelter. Ah, Eisen? Äh, den haben wir da schon stehen. Brauchst du ein Eisen? Kohle und Silizium. Okay. I try. Mit der Kohle machst du da, ist sogar noch was aus dem Pulverizer drin. Hab ich gerade erst gemacht. Und Silikon machst du durch Sand im Pulverizer. Außer wir haben noch welches. Silizium. Kohle. Die legen ja auch noch keine Eier, die ist sicher. Ich brauch... Nee, für eine Kohle brauch ich aber ganz viel Obsidian. Wow, wir haben noch ganze 35 Eisen. Ja, deshalb bauen wir die ja jetzt, die Kohle. Ich hab 70 Obsidian hier, kannst du haben. Okay, wird mir nicht reichen. Ich wohne auch mehr. Unter dir, musst du nur runter springen. Hast du jetzt alles Eisen rausgeholt? Ja, ich kann's ja auch gerne wieder Watt durchkriech. Ich schmeiß die Hälfte. Ja, ich will auch noch craften. Ich mach den Rest gerade noch. Ich schmeiß die Hälfte mal rein. Oh Gott, ich hoffe, dass das reicht. Ja, müssen wir fast nochmal farmen gehen. So. Mach das jetzt einfach mal mit einem. Äh, ich brauch... Äh, äh, da irgendwas so dimensional hieß das, ne? Oh, ich will use your Dirtches, alles klar. Ja, die droppen nur das Buch, aber keine Dirtches. Das ist ja blöd. In die Dirtches kannst du sowieso nur eins locken. Ich weiß. Da kann nur Dirt rein. Ja, ich weiß. Hä? Warum? So. Ich muss hier noch... Was macht das Ding eigentlich, das ich da herstellen soll? Ich muss zwei machen übrigens. Zwei muss ich machen? Okay, gut, dass du das jetzt darfst. Ja. Es teleportiert Items von irgendwo nach hier. Ah ja. Eins, zwei, drei, vier. Das tut mir nochmal. Das war natürlich nicht. Hm? Ich fühle mich dieser Aufgabe gewachsen. Irgendwann hat doch mal... Nele! Achso, ich könnte zu lange schon mal gucken, was ich als nächstes brauche. Quarzglas. Meter Quarz. Ich will Eier haben, warum will keine Eier? Oh, 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 weia. Der Hahn legt keine Eier. Oh, 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 wei. Du kannst deinen Zweck hier rausnehmen. Wir brauchen nur drei Stück davon, das geht doch schnell. Ja, gibst du es mir dann? Das wächst nicht. Ich leg's dir gleich wieder rein. Ah, oder so. Also die, ja, die muss ich dir geben, kann ich ja nicht wieder reinlegen. Ja, das ist eh fertig, also die Kohle. Es hat ne Feder gedroppt. Das Einzige. Das Huhn hat ne Feder gedroppt. Keiner hört auf mir. Keiner hört mir zu. Ich hab dir zugehört, es hat ne Feder gedroppt. Doch, es hat ne Feder gedroppt. Doch, es hat ne Feder gedroppt. Mit Eier. Vier brauche ich davon. Ey, was haben wir denn für Eier, was sind das denn da? Hat jemand noch einen leeren... Er schaffe doch einen Bewohner. Hat jemand einen leeren Eimer? Nein. Ich will jetzt keine Eisen benutzen, um meinen Scraft. Ich hab zwei leere Eimer, bitte schön. Okay. Hier kann ich nicht, ich kann dir nur zwei geben. Ach. Ich bin zu blöd, um dir einen zu geben. So, jetzt guck ich auch mal ins Questbuch, ob ich was machen kann. Mhm. Die Unlit Torches. Öff... Okay, die Unlit Torches. Wo sind die? Die sind in... Zwei drin, oder eins? Eins. Wieso sind wir nur noch auf 95%? Und wieso ist das Feuerzeug nicht abgehakt, was ich gemacht habe? Weil das erst nach den Unlit Torches, glaub ich, kam. Ach so. Scheiße. Sechzehn Unlit Torches, alles klar. Dann mach ich die Unlit Torches jetzt. Was? Nochmal einen. Heißt, brauchst drei. Ja, da... Ich hab mir erstmal die zwei genommen, ne? Ja, und hoffentlich kommen während des Unlum noch welche raus, wär... Nimmi, Lumi, Lummi... Gut, sonst noch kein Problem. Lummi, 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 Lummi. Lummi, Lummi-Lummi. Lummi-Um, das... Lummi, um, das... Jetzt wird's kompliziert. Lummi... Lummi, Lummi... Lummi. Jetzt wird's kompliziert. Für den Ender Resonator bräuchte ich unter anderem ein Solarium. Ja, willst du einfach... Ach ja, ach ja, Goldbahn, Seelensand. 13, 14, 16, dann geht's auch alles weg. Jo, wir brauchen Seelensand. Ja, den müssten wir eigentlich craften können mit diesem ersten Portalding. Ich habe zwei Stahlwaren, wo wir... Ach so, das heißt, ich crafte dieses Portalding. Nee, das haben wir schon, das liegt im MMS-System. Ach so. Äh, mal kurz, wie hieß das? Nee, wie hieß das Portalding, sie? Nee, Nethergate, okay. Ach, stimmt, nur wegen dem Blaze. Nethergate und Soundfly. Ich habe acht Porta auf der Harte gekriegt. Klopf, klopf. Mach doch mal auf. Nö. Nö, wieso nicht? Der kann die Tür hier nicht zerstören. Nicht? Ich habe ne Werkzeugerze bekommen. Ach so, ja, weil Creeper ja auch nix kaputt machen können. Ich nehme mal noch ein Feuerzeug auf, ne? So, äh, die, äh, na, dimensional. Ich brauche dafür, wie viel zwei von diesem Solarium brauche ich? Das heißt, ich brauche... Mein Hund, ne, keine Ahnung. Oh, zwei Federn, immerhin. Bist du erwachsen? Nein, immer noch nicht. Ich kann auch nicht füttern, dass ihr neue Babys kriegt. Gold. Neun, achtzehn, weil zwei, jetzt wird's kompliziert, sechsunddreißig. Ja, das Ding ist ein bisschen nervig zu bauen. Das heißt, ich brauche sechsunddreißig. Deswegen sollst du das wahrscheinlich auch machen und nicht Link. Für Sand haben wir gar nicht, wir haben nur einundzwanzig Sand. Du musst dir Sand herstellen. Ja, kannst du ja Pflasterstein in den Pulverreis, dann kommt Sand raus. Ah, praktisch. Pflasterstein, also... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.